So, liebe Freunde, liebe Damen und Herren, reden wir Klartext. Wir als AfD sind Kriminelle, die hart bestraft werden müssen. Wir als AfD proben den Bürgerkrieg. Wir als AfD sind ein gewaltbereiter Krawallpöbel. Und wir als AfD sind keine Kämpfer für das Gute, sondern eine Terrororganisation, die verboten werden muss. Dankeschön.